Ich war schon immer bestimmt etwas besonderes zu sein. Schon immer war ich derjenige, der sie alle retten sollte. Der diese Welt vor dem Bösen beschützt. Und heute ist Zeit für die Verwandlung der Verwandlungen! Ich muss die Welt retten. Ich bin eine Spinne! Okay, Patrick. Aber ich hab noch Feierabend. Aber Anna, ich will doch nur die Welt retten. Ich wollte nach Hause. Aber... Bitte? Okay. Ja, Freunde. Ich bin es wirklich. Der einzig wahre Spider-Man. Ha, 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 ha! Okay. Gut. So, liebe Freunde! Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video! Ja, Freunde. Ihr seht, heute passiert etwas Großes. Denn der Held in mir, er ist erwacht und ich bin wieder da! Heute spielen wir zusammen Marvel Future Revolutions! Ja! Denn Marvel Future Revolutions ist das erste Open-World-Action-RPG für Smartphones oder Tablets. Freunde, in diesem Spiel habt ihr nicht nur ein Multiplayer, ein PvE, ein PvP. Ihr habt alles, was das Herz begehrt. Und es dreht sich um Superhelden. Denn, liebe Freunde, wie ihr das Ganze vielleicht schon links oben in der Ecke gesehen habt, das heutige Video ist mal wieder von Google Play gesponsort und Teil der Play-On-Kampagne. Wenn ihr bereit seid, diese Welt mit mir gemeinsam zu retten, dann kommt doch einfach mit! Ins Universum von Marvel! Ne, warte, ich muss mich spinnen. Ins Universum von Marvel! Und damit starten wir auch direkt rein. Oh mein Gott, ein riesiger, ein riesiger Planet. Marvel. Ha, ha! So, gucken wir mal rein in die gute Stube. Netmarble Presents. Ha! Ha! Oh, Moini! Ha, ha! Der sieht ja cool aus. Ja, der kann fast so schön rumfliegen wie ich, ne, an den Spinnennetzen. Muss aufpassen, dass ich mich nicht ins Gesicht fasse. Hier, mach langsam! Mach langsam! Die ist 30! Eieieieiei! 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 Das sieht ja gar nicht! Ohohoho! Alter Vater! Das hat er aber gerettet jetzt hier, die junge Lady! Schauen Sie mal da! Toll hat er's gemacht! You're welcome! Starlord, Digga! Der Rat hat's da knallt und er denkt sich nur, ach Junge! Alter, die Graphics sind ja insane! Nein! Okay! Ich schaue das! Ey, der Tony! Das geht! Die Welt hängt davon ab! Du musst dich ja zwar zusammenreißen, Digga! Was ist los hier gerade? So! Ja, ja, mach mal! Zack! Und wieder weg, du! Aber coole Schuhe hat er an! Oh, wir sind schon nach rechts, jetzt geht's hier aber los! Alter Vater! Alter! Das sind ja wirklich die Graphics! Das ist ja insane! Okay! Maybe I spoke too soon! Das ist schon cool! Seid mal ehrlich, wer hätte nicht gern so ne Paar Schuhe, oder? So! Ah ja! Da wird jetzt mal reingegangen hier! Bam! Bam! Flotter 360! Easy! Mach da! Mach da! Keine Zeit zum Plaudern! Ja, gut! Ist okay! Ich bin so gespannt jetzt, wie sich das steuern lässt! Okay, das lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr clean spielen! Aber ich muss stehen bleiben zum Schießen tatsächlich! Ah, er hat ein Schild! Oh! Oh, Digga! Wie viel halten die denn aus? Oh! So! Und noch einen! Ah! Digga! Oh, die können ja fliegen! Warum könnt ihr denn fliegen? So, warte mal hier! Was passiert denn hier? Ich bin noch nicht so ganz drin! Ich drücke jetzt einfach mal... Oh! Hahaha! Was geht denn ab? Zack! Und nochmal drauf! Und das hier! Digga! Übel Action! Aber! Ja, gut! Ja, da passiert was! Da tut sich was! Oh, oh, oh! Mach was! Ui! Ui! Wann komme ich denn ins Spiel? Oh, ein Abfahrt! Oh, oh! Ach ja, die Stiefel! Ach ja! Du, ich sag dir! Naja! Und zack! Und zack! Oh ja! So läuft sie nämlich! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Unsere Mission! Unsere Mission! Gut! Sag mal! Die kann aber hopsen! Ah! Und hopsen! Ah! Zack! Ah! Ich... Oho! Spule ich grad vor? Oh, ich spule vor! Upsi! So, Leute! Jetzt gibt's hier... Jetzt gibt's hier ein bisschen Party! So! Gucken wir mal, was hier geht, ne? So, Freunde! Jetzt ist mal Feierabend hier! Ich drück jetzt ein bisschen das und ein bisschen dies! Und dann... Dann war's das! Also, Freunde! Oh, Junge! Ich check null die Steuerung aktuell! Es gibt sehr viele Knöpfe, aber ich komm da gleich drauf! Ma, Digga! Zack! Und noch einen hiervon! Und das da! Und dann nochmal das da! Jawollo! Und dann kriegst du noch den! Und den! Und bisschen den hier! Zack! Ja! Es läuft! Es läuft aber richtig vorwärts hier! Ich bin ja auch Spider-Man, ne? So! Standort B, sauber! Achtung, Bombe! 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 Und jetzt rettet sie wieder ein anderer? Also, die retten sich jetzt 20 Minuten lang gegenseitig! So! Alter, was hat er denn an? Digga! Wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Und... Oh! Hallo! Moini! Ach du heiliger Bimbanovic! Und runter! Ah! So mache ich das nämlich hier! Oh, mir läuft die Schminke ins Auge! Ich glaube, so teste ich jetzt quasi... Ach du heiliger! Okay, sie ist, glaube ich, echt strong! Oi, 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 oi! Oh, oh, oh! Das war's schon! Gut! Moini! Oh, er ist jetzt der Big Boss, oder was? Jetzt gibt's Big Fight! Okay, gibt Big Fight! So, erstmal den hier! Zack! Ah! You shall not pass! Okay, ich drücke einfach immer alles! Ein bisschen was von allem ist immer gut! Ah, wir haben ihn! Unbesiegbar sind wir! Den kriegt er noch hinterher? Und dann ist aus, die Bude! Ja, so läuft sie nämlich! Zurück zum... Was ist er denn?! Alter! Junge! Das könnte original ein Thumbnail von Sterzig sein! Das könnte ja original ein Thumbnail von mir sein! Oh ja! Let's go! Oh ho! Jetzt hier richtig Action! Auf geht's, Freunde! Schnapp sie euch! Oh, Digga! Oh, Digga! Jummo Jet! Erbostra 180, Digga! Erbostra 180, Digga! Zack! Und hinterher! Oh! Oh! das ist ja ein film hier das ist ja ein film das ist ja ein halber film ist das ist das nice da hat sie umgeschöpft wie er aussieht oder denkt er so es war rein auf den halteplatz hier helikopter landeplatz so und jetzt mache ich kurz den prozess mit dir kollege wird es ja richtig komm jetzt mal her du was willst du komm mal her oder was oder was so erstmal dann und dann den hier und ein bisschen den hier und dann den hier und dann kriegst du den hier und dann sehen hier pass auf so naja ich kann auch ausweichen sagt sagt da habt ihr gesehen wie ich ausgewiesen bin junge zack und noch mal wo er ist aber stark und jetzt sehen hier ein bisschen von lauter links rechts kombo achtung und er will den er will die und jetzt gibt es die ja komm wann komme ich denn jetzt ja da bin ich endlich so rein da junge und zurück sehr schön sehr schön so jetzt ist feierabend jungs was jetzt hier passiert ist du bist ruhig du bist jetzt ruhig hast du verstanden besser ist ich schaffte es okay gut weiter geht's hier so junge ich liebe spiderman los geht spidey stop sie mir alles klar alles klar gut unterwegs warte ich mach die sound effects ja 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 ne 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 nix hier nix hier nix hier nix hier nix hier was sind das für köpfe ist das weiß okay reiß dich zusammen wir schaffen das wir sind eine einheit hast du verstanden guck dir mein sixpack an wie ein echt dicker und so ja sehr gut und jetzt abfahrt aber hier jetzt aber raus hier sehr schön sehr schön sehr schön hey junge wie gut ist dieses spiel und hinterher sauber 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 sehr schön und zack und hoch guck mal das kann ich auch das habe ich gerade auch gemacht als ich die ander abgeschossen habt ihr das gesehen so hey beruhig dich ich krägt hier gerade die erde ja oh 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 junge danke kusin danke kusin naja ich schlag mich heute durch und dann kriegst du ein bisschen dies und das ist halt alles was ich mache das ist mein job weißt du so fängt für euch jungs feierabend so ja das ist nun mal so ihr habt euch mit der falschen angelegt so und jetzt kriegt ihr noch den hier und dann ist feierabend so rein den müllwagen da wo ihr hingehört so jetzt kann man mal gucken was da oben noch so geht und abfahrt aha die jungs sind auch einfach die besten ich sag's dir so zieh raus die keule erzieht sauber und weiter starke leistung macht nicht ab da guck mal wer da kommt von polen aber es ist so nein es ist so da ist es fühlt sich an als ob ich gerade einen film spiele ich sag so und dabei bin ich als spiderman geschminkt also sorry aber gibt es viele sachen die cooler sind ich glaube nicht so was hier los wir können es ruhig angehen oder jetzt gleich knallt und es wird für euch negativ ausgehen nur dass ihr es wisst so der doc auf geht es ist so nice es ist so nice oha leute das spiel ist übrigens kostenlos es ist so nice es ist so unfassbar nice aha cousin stormy ja ja da macht er jetzt erst mal in seinen roboteranzug rein der captain heute nicht heute nicht zwei wo bist du wo bin ich okay gut macht locker hier so jetzt gibt es hier erstmal ein schild punch so einfach alles drücken wird ist wichtig kann man anvisieren irgendwie ich drücke meistens einfach alles man also ja guck mal hier bach und dann kriegst du den hier sagt weil hier ist auch ende gelände jetzt kollege kollegisch nur schuf warm 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 da kriegst du den und noch mal den hier und dann kriegst du den hier so und dann noch mal den hier und dann würde ich sagen ich glaube jetzt ist feierabend ein hieb ins gesicht so nämlich sehr schön ordentlich was sind das denn für fliege dinge ach ja erst mal ein schild abgezwitschert so nämlich warum habe ich mich jetzt geschminkt ja 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 und eben das musst du noch kriegen we do not need to resort to such violent acts alter so ihn hauts erstmal in die wüste unweiler so und jetzt aha sehr schön sauber und ordentlich moini ach der heng grüß dich hengst kann es jetzt losgehen da freue ich mich aber also ich freue mich schon den ganzen tag darauf sag ich dir wie es ist we can reverse the convergence heng pym reporting and versions engines or online jöt jöt weiß bescheid ich mache ich jöt 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 Da bin ich, da bin ich! So. Alter! Alter, Vater! Leute, wir gucken hier gerade einfach einen Kinofilm zusammen. Ah! So, Freunde, ich würde sagen, das war jetzt erstmal der erste Einblick in das Game. Wenn ihr Bock habt, dass ich da nochmal reinschaue, dann lasst es mich jetzt gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr selber Bock habt, das Game zu zocken, erster Link in der Videobeschreibung ist natürlich verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr euch mal das Ganze reinzieht und mir mal eure Meinung darüber sagt. Und ja, ansonsten, ich muss mich jetzt abschminken. Ja, also, wieso mache ich sowas eigentlich? Aber gut, ich hoffe, ihr fand es lustig, wa? Ich würde sagen, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Außer, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Bis dahin, macht es euch gut gegen. Tschö! Na gut, bitte geh ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, du heiliger Pimpern. Oh Gott. Oh Gott. Es geht nicht ab. Oh Gott. Das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder.